Guten Tag Herr Polenz, Sie sind Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland. Was ist das für ein Abkommen, was Sie da ausgehandelt haben? Wir haben am 15. Mai eine Joint Declaration, also eine gemeinsame Erklärung paraffiert, in der festgelegt ist, wie Deutschland für die Verbrechen zwischen 1904 und 1908, die damals vom Kaiserreich in der deutschen Kolonie Südwestafrika begangen wurden, um Entschuldigung bittet und dann eben auch was daraus für die Zukunft folgen soll. Denn es ist ja nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern es ist ernst gemeint und deshalb hat das auch Konsequenzen. Auf was für einer Ebene wird dieses Abkommen ausgehandelt? Mit was für Leuten haben Sie gesprochen und verhandelt? Es waren Regierungsverhandlungen. Die namibische Regierung hat auch einen Sonderbeauftragten ernannt, Dr. Zetten Gaviru. Er ist leider jetzt an Corona gestorben und er ist ein sehr geachteter Herrero. In der Delegation, die er geleitet hat, waren Herrero und Nama Vertreter. Sie waren bei jeder Verhandlungsrunde dabei und auch in den vorbereitenden Gesprächen in Namibia im sogenannten Technical Committee und im Political Committee waren Herrero und Nama Vertreter dabei. Ich betone das deshalb, weil es auch Herrero und Nama gibt, die sich beklagen, dass sie nicht dabei waren. Aber das war eine Entscheidung der namibischen Regierung, wen sie in ihre Delegation nimmt und wen nicht. Viel der Kritik, die geäußert wird an diesem Abkommen, besteht auch seitens der Nama und Herero, seitens dieser Volksgruppen auch darin, dass sie nicht komplett repräsentiert werden in diesem Abkommen. Was entgegnen Sie dieser Kritik? Ja, also zunächst einmal ist die namibische Regierung die legitime Vertreterin aller Namibierinnen und Namibier. Sie ist demokratisch gewählt und es ist auch ein Grundsatz der namibischen Politik seit der Unabhängigkeit 1989, dass man sagt, one people, one nation. Also wir wollen das Stammesdenken überwinden und deshalb sucht natürlich die namibische Regierung selbst aus, wer in solchen Verhandlungen für Namibia am Tisch sitzt. Das Zweite ist, Herrero und Nama haben keine allgemein gewählte gemeinsame Vertretung, also weder die Herrero für sich noch die Nama für sich, sondern es gibt unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt mehrere Königshäuser der Herrero, es gibt grüne und rote Herrero, die sich jetzt nicht nur an der Kleidung unterscheiden und es gibt bei den Nama die Frederik-Familie, die Witbeu-Familie und auch da eben viele unterschiedliche Gruppierungen mit auch durchaus unterschiedlichen Interessen. Die sind sich auch nicht immer einig, deshalb gibt es in Namibia auch zwei Komitees, die sich Völkermordkomitee nennen und ich habe übrigens mit denen allen auch gesprochen, aber halt nicht verhandelt. Ich habe Herrn Rokoro getroffen, ich habe Frau Hoffmann getroffen und sie darüber unterrichtet, worüber wir sprechen, was das Ziel ist, denn es waren ja keine in dem Sinne Geheimverhandlungen, sie waren vertraulich, was bestimmte Dinge anging, aber die Ziele und worüber wir sprechen wollten, das habe ich immer auch öffentlich gemacht. Was waren Ihre persönlichen Ziele und Erwartungen, mit denen Sie in diese Verhandlungen gegangen sind und wie waren auch die Ziele gesteckt seitens der deutschen Regierung und der namibischen Regierung? Was wollten Sie dort genau erreichen mit diesem Abkommen? Na ja, ich wollte erreichen, dass es eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Namibia gibt, die die Grundlage bietet für gesellschaftliche Versöhnungsprozesse. Wir haben nie Abschluss- oder Schlussstrichverhandlungen geführt, sondern wir haben darüber nachgedacht, was kann man heute tun, um die Lebenschancen der heute lebenden Namibierinnen und der Herero und Nama, aber auch eben der Namibier zu verbessern? Und was kann man heute tun, um die noch vorhandenen Wunden zu heilen? Und wie können Strukturen geschaffen werden? Dadurch sind wir auf die Idee dieser Stiftung gekommen, die dazu beitragen, dass wir zu einer gemeinsamen Erinnerungskultur kommen. Wie sind die Verhandlungen aus Ihrer Sicht gelaufen? Gab es Themen oder auch andere Schwierigkeiten, die aufgetreten sind, vielleicht auch mit einzelnen Verhandlungspartnern? Ja, es hat ja länger gedauert, als glaube ich die meisten erwartet hatten. Ich hätte jedenfalls jetzt nicht gedacht, dass es fast fünfeinhalb Jahre werden vom Verhandlungsbeginn oder von, besser gesagt, meiner Beauftragung auf Arbeitsebene schon ein bisschen vorher auch verhandelt worden, bis wir dann fertig waren. Wir mussten ja eine ganze Menge Dinge dabei besprechen und ein Einvernehmen erzielen. Zum einen die Frage, wofür bittet Deutschland um Entschuldigung? Das kann man erst mal mit Schlagworten beantworten. Die verbrechenden Völkermord an Herero und Nama zwischen 1904 und 1908. Aber es ging schon darum, genau zu beschreiben, was damals geschehen ist, so dass beide Seiten sagen, ja, das ist jetzt unser Blick auf diese Vergangenheit. So ist es aus unserer Sicht gewesen und damit wollen wir uns auseinandersetzen. Dann ging es um die Frage, wer bittet um Entschuldigung? Da war ziemlich schnell klar, es soll hochrangig und für Deutschland repräsentativ sein. Dann denkt man natürlich an den Bundespräsidenten. Und es ging dann eben darum, wie ich vorhin gesagt habe, was folgt aus alledem? Ist das ernst gemeint? Oder nur so ein Lippenbekenntnis? Und deshalb war klar, es musste Konsequenzen haben und über das, was dann folgen sollte an Projekten, an Initiativen, an Hilfen, darüber musste natürlich auch gesprochen werden. Es hat deshalb länger gedauert, das letzte Jahr wegen Corona. Davor hatten wir das Problem, dass es eine Klage von Herero- und Namevertretern, Herr Rokoro, war federführend, gegen die Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, mit dem Ziel, quasi einen Schadensersatz einzuklagen. Die Gerichte haben jetzt zum dritten Mal dieses Ansinnen abgelehnt, weil es eben keine Rechtsfrage ist, um die es geht. Die Völkermordkonvention von 1948 hat keine Rückwirkung, sondern es geht um eine politisch-moralische Frage. Und ich finde, es ist eigentlich für eine Bitte um Entschuldigung vielleicht sogar mehr, wenn man aus freiwilligen Stücken sich um Versöhnung und Entschuldigung und Verbesserung der Lebenschancen etc. kümmert, als wenn man dazu durch ein Gericht verurteilt wird. Also ich glaube, der Wert dessen, was wir verhandelt haben und was das Ergebnis ist, nimmt eher dadurch zu, dass es ein freiwilliges Übereinkommen ist, als dass es jetzt das Abhandeln einer Rechtsfrage gewesen wäre. Wir haben Herrn Rokoro das auch immer wieder gesagt, sparen Sie sich Ihr Geld, die amerikanischen Anwälte sind teuer. Es ist aussichtslos und gut, er hat es nicht wahrhaben wollen. Aber letztlich hat jetzt ja auch der amerikanische Supreme Court, zu dem die Sache dann versucht worden ist, zu bringen. Auch gesagt, wir nehmen das nicht an. Es ist keine Rechtsfrage. Das Abkommen ist nun fertig ausgehandelt und neben finanziellen Ausgleichszahlungen sollen auch interkulturelle Projekte gefördert werden. Wie sehen Sie Schüleraustausche zwischen beiden Ländern? Welche Funktion und welche Rolle könnten diese einnehmen? Ja, das ist natürlich ganz zentral, denn wenn man in die Zukunft schaut, dann stimmt der Satz natürlich, dass sie der Jugend gehört. Und die Stiftung, die eingerichtet werden soll, die sich um eine gemeinsame Erinnerungskultur in Deutschland und Namibia kümmern soll, hat auch Expressis Verbes, das steht auch in der Joint Declaration drin, den Auftrag, sich um Jugendaustauschprojekte zu kümmern. Als ich das während der Verhandlungen mal dem damaligen Armutsbekämpfungsminister Bischof Kameter als Idee genannt hatte, hat er spontan reagiert und gesagt, ach, wie Aktion Sühnezeichen. Ja, wie gesagt, so ähnlich kann man sich es vielleicht vorstellen. Und die Idee fand er sehr gut. Und deshalb wird das, hoffe ich, einen großen Stellenwert bei der Stiftungsarbeit haben. Welche Aufgaben und Kompetenzen könnte das Land Nordrhein-Westfalen im bundespolitischen Kontext zur Entwicklungsarbeit einnehmen? Zum Beispiel haben wir das Deutsch-Namibische Schülernetzwerk oder auch die Handwerksprojekte in Namibia, wo Handwerker aus Nordrhein-Westfalen mit Handwerkern aus Namibia zusammen vor Ort in Namibia Projekte durchführen. Unter diesen Gesichtspunkten, welche Aufgabe könnte Nordrhein-Westfalen einnehmen? Es geht ja um gesellschaftliche Versöhnungsprozesse. Da können Regierungen die Voraussetzungen schaffen. Ich hoffe, dass das jetzt mit dieser Joint Declaration geschehen ist. Und da wir ein föderaler Staat sind, sind natürlich die Länder herzlich eingeladen und im Grunde auch gefordert, sich jetzt mit eigenen Ideen, eigenen Initiativen auf dieser Basis zu beteiligen. Es gibt dann eben zusätzliche Möglichkeiten zu denen, die bisher ja auch schon bestehen. Ich weiß, dass aus Nordrhein-Westfalen, auch aus Rheinland-Pfalz, aus Bremen, aus anderen Ländern es viele Initiativen mit und nach Namibia gibt. Aber das kann jetzt intensiviert werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Bundesländer eigene zusätzliche Programme auflegen, vielleicht auch mit entsprechenden Strukturen. Ich würde mich da sehr drüber freuen, weil es ist schon eine wichtige Aufgabe, auch wenn man so will, vielleicht am Beispiel Namibias an die deutsche Kolonialgeschichte zu erinnern und damit auch das Interesse für die deutsche Kolonialgeschichte in anderen Ländern zu wecken. Gerade im entwicklungspolitischen Kontext kommt oft die Kritik auf, dass neokolonialistisches Denken, gerade von uns Menschen aus der ersten Welt, wenn wir Projekte in der sogenannten dritten Welt durchführen, auftritt. Welche Gefahren oder Potenziale sehen Sie bei Schüleraustauschprojekten zwischen diesen zwei Ländern? Also ich würde mir wünschen, wenn es jetzt um den Jugendaustausch geht, dass diejenigen, die jetzt von deutscher Seite aus daran teilnehmen, mit neugierigem Respekt, so will ich das mal ausdrücken, sich dafür interessieren und dann eben auch an den Programmen teilnehmen. Zunächst einmal zuhören, was namibische Jugendliche Ihnen über ihre Geschichte, über ihr Land erzählen, nachfragen. Und erst wenn sie dann das Gefühl haben, also so ein bisschen sich einfühlen zu können in das Denken ihrer namibischen Altersgenossen, dann sozusagen mit eigenen Fragen, eigenen Positionen kommen und dann muss es einen Dialog geben. Ich glaube, wenn diese Haltung neugieriger Respekt, neugieriger Respekt das Ganze sozusagen prägt, dann muss man die Sorgen nicht haben, die Sie gerade gefragt haben. Sie haben es zu Beginn schon angesprochen, Ihr Verhandlungspartner Dr. Seth Nagivore ist vor wenigen Wochen leider einer Corona-Erkrankung erlegen. Sie schreiben dazu im Internet, Seth war eine herausragende Persönlichkeit, wie man sie nicht oft in seinem Leben trifft. Wie war Ihr Verhältnis zueinander? Ich erinnere mich noch gut, als ich im Dezember 2015 das erste Mal in Namibia war, mein Antrittsbesuch gemacht hat, da haben wir uns kennengelernt und ich hatte jetzt nicht erwartet, dass er die ganzen vier Tage, die ich da im Land war, mich praktisch begleitet und rumführt. Und Namibia ist schon ein großes Land und wir waren viel im Auto. Wir haben, glaube ich, zehn, zwölf, vierzehn Stunden zusammen im Auto gesessen auf der Rückbank und konnten uns über vieles unterhalten. Und da sind wir uns sehr nahe gekommen. Wir wussten am Ende dieses ersten Besuchs, wer wie viele Enkel hat und die Kinder und was die alle so machen und haben uns auch so ein bisschen aus unserem Leben erzählt. Also wir haben relativ schnell ein wirklich gutes Vertrauensverhältnis gehabt, was aber wesentlich auch daran lag, dass er sich bei meinem ersten Besuch diese Zeit genommen hat. Und wenn man dann von seinem Gesprächspartner beispielsweise an Stellen geführt wird, wo die Herero der damaligen Opfer gedenken oder auch wenn er uns geführt hat an die Stelle, wo seine Familie begraben ist und wo er auch gesagt hat, da würde er auch mal begraben werden und jetzt weiß ich, da ist er jetzt begraben, dann ist das schon ein besonderes Gefühl. Und ich habe in meinem Leben tatsächlich als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses eine ganze Menge führender Politiker dieser Welt kennengelernt, beeindruckende Persönlichkeiten darunter. Aber bei manchen habe ich mich auch gefragt, wie haben die es eigentlich so weit geschafft? Und Sett hatte eine natürliche Autorität, viel Lebensweisheit, Humor und aber auch ein, was für die Verhandlung auch wichtig war, ein Blick fürs Wesentliche. Manchmal muss man ja schauen, dass man sich nicht in Halbsätzen und Kommata verliert und das war mit ihm immer gut zu machen. Also ich hatte mir das für die 240 Twitter-Zeichen schon gut überlegt, was ich da hervorheben wollte. Offensichtlich hatten Sie beide ein sehr enges Verhältnis zueinander. Was meinen Sie wäre Dr. Sett Nagivores letzter Wunsch gewesen? Ich glaube, er war genauso erleichtert wie ich, dass wir die Verhandlungen zu einem Abschluss gebracht haben, dass er das das hat parafieren können mit der Rückendeckung seiner Regierung und dass ich das Gleiche machen konnte, weil er war 88 und die Verhandlungen hatten jetzt fünfeinhalb Jahre gedauert. Wir waren nicht so sicher, ob es nicht vielleicht auch noch mehr Zeit brauchen würde. Und ich glaube, es war schon sein großer Wunsch, die Verhandlungen abzuschließen. Und ich sehe jetzt diese Joint Declaration auch ein bisschen so als sein Vermächtnis. Ich glaube, er möchte, dass sie ins Werk gesetzt wird, dass das namibische Parlament dem zustimmt. Und ich glaube auch, dass er genauso zuversichtlich ist oder wäre wie ich, dass wenn diese Joint Declaration durch Berufsschulen, Krankenhäuser, Kindergärten, was auch immer umgesetzt wird, dass dann auch die Zustimmung bei denen wächst, die im Augenblick da noch etwas skeptisch sind, ob das alles so richtig ist. Ich glaube, er war davon überzeugt, so wie ich das auch bin, dass es für die Lebenschancen der jungen Herero und Nama eine gute Vereinbarung geworden ist. Herr Polenz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Gerne. Herr Sankan! Herr Polenz, das war derajvenste George Martin panels." Herr Poliz um immer wieder nósOG AvizСkiel. Herr Polenz